Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights in den aktuellen S04 News. Nach dem großen Umbruch im letzten Sommer ist vor dem nächsten etwas kleineren Umbruch in diesem Sommer. Denn auf Schalke laufen einige Verträge aus. Es gibt einige Wackelkandidaten, die Schalke im Sommer verlassen könnten. Und die gehen wir mal gemeinsam durch. Denn sport.de hat man eine Liste aufgestellt, wer auf Schalke wohlmöglich sehr wahrscheinlich bleiben wird, wer wahrscheinlich gehen wird und eben auch, wer extremer Wackeln ist, sprich wo die Zukunft alles andere als offen ist. Und der erste Blick ist auf Michael Langer gerichtet. Da ist die Prognose, er geht. Er gilt hier als sehr wichtiger Faktor, gerade verbal in der Kabine, wie Sportchef Huven Schröder verriet. Allerdings wie Langer, der in einem Kreuzbandriss laboriert, seine Torwarthandschuhe laut Bild zumindest nach der Sonnenagel hängen und dann Torwarttrainer werden. Schalke würde ihn wohl gerne auch als Backup, als Nummer 3 noch behalten. Also Prognose ist laut sport.de, er geht. Ich würde mal sagen 50-50-Entscheidung. Bei Martin Freisel ist die Prognose ebenso von sport.de, dass er geht. Der aktuelle Stammkeeper zweigt zwar meist gut Leistungen und ist bei den Fans durchaus beliebt. Dass ein Vertrag verlängert wird, ist laut Watz aber sehr unwahrscheinlich. Und deswegen ist es auch gut möglich, dass sich der Österreicher bereits nach einem neuen Klub umschaut. Aber wenn er nochmal eine Leistungsexplosion hat, wie eben auch gegen Paderborn, weil er wirklich super gespielt hat, können sich da auch nochmal wirklich was ändern. Salif Sané. Auch da ist die Prognose, glaube ich, relativ klar, dass er höchstwahrscheinlich Schalke nach vier Jahren dann verlassen wird. Er ist nämlich einer der Spitzen von DINI im Klub. Gehalt und Auflaufprämien passen einfach nicht mehr ins neue Gefüge bei Schalke. Und selbst im Falle eines Aufstiegs dürfte es keine Verlängerung mit dem Verletzungsanfälle in Infratatiger mehr geben. Wenn überhaupt, dann nur, wenn er auf extrem viel Gehalt verzichtet und Verletzungsanfälle nicht bleibt, er einfach immer noch. Also vernünftig gedacht wird Salif Sané wohl Schalke verlassen. Thomas Ovean. Da ist die Prognose durchaus positiv, denn er bleibt wohl auf Schalke. Der Niederländer, der ja bis zur Saison noch von Arzeg Alkmaar ausgeliehen ist, hat sich sportlich unverzichtbar gemacht. Gelingt der Aufstieg, muss Schalke den 25-Jährigen ohnehin kaufen. Angeblich sind dann 2 Millionen Euro fällig. Und bleibt er, als ob er zweitlig ist, dürfte er aber ebenfalls müde sein, den vierten Linksfuß zu halten. Dann gibt es ja eine Kaufoption, die wir ziehen können. Dann wäre halt die Frage bei der zweiten Liga, ob Ovean selber noch bleiben möchte. Und ähnliches ist natürlich auch bei Andreas Windheim der Fall. Und da lautet die Prognose hier von Sport.de, dass er bleibt. Er kam im Winter von Sparta Prag und der wies sich sofort als Verstärkung, verletzt sich aber dann noch direkt an der Wade. Somit fällt er erstmal aus. Verkaufoptionen könnten der soviel den Norweger für 1,3 Millionen Euro verpflichten und das ligaunabhängig. Bestätigt Windheim nach seinem Comeback die Leistungen, dürfte der Klub die Option ziehen. Da gehe ich durchaus mit. Man darf aber nicht vergessen, Windheim hat erst ein gutes Spiel gemacht. Also da muss man glaube ich noch abwarten. Ko Itakura, er wackelt durchaus in der Prognose von Sport.de. Denn Schalke hat ja für den Abwehrchef, der von Manchester City bis zu sein Ausgehen ist, eine Kaufoption. Alles schön und gut. Allerdings liegt diese, laut verschiedenen Medienberichten, bei satten. 4,5 Millionen Euro. Wenn überhaupt, kann man ihn durch die Ablöse nur bei Aufstieg halten, bei Nichtaufstieg. Vielleicht ihn kaufen und direkt weiterverkaufen. Und Itakura selbst betont ja, dass er zum einen 1. Liga spielen möchte, aber ihm auch gerne für Schalke 1. Liga spielen möchte. Sprich bei Aufstieg durchaus möglich. Man muss sich aber finanziell da schon wirklich extrem strecken. Strecken muss man sich bei Marc Schapkowski wohl nicht, denn er wird Schalke höchstwahrscheinlich im Sommer auch wieder verlassen. Der arbeitslose Profi wurde im September als Backup für das Mittelfeld geholt und seitdem quasi nicht berücksichtigt. Die Wege werden sich im Sommer, wenn nichts Überraschendes kommt, dann auch wieder trennen. Trennen werden sich die Wege mit Dong Jong Lee möglicherweise, aber nicht. Denn da lautet die Prognose, er bleibt. Der vielseitige Offensivmann ist ja bislang nur von Ulsan Hyundai ausgeliehen. Allerdings besteht bei sieben Einsätzen im Kalenderjahr eine Kaupppflicht für 600.000 Euro. Im Aufstiegsfall erhöht sich diese auf eine Million Euro. Dann würde Lee bis 2025 gebunden werden. Zwar hat Lee bislang nur ein Joker-Einsatz auf seinem Konto. Die Tendenz dürfte aber trotzdem zum Verbleib gehen, denn sieben Einsätze sollten eigentlich relativ zügig geschafft sein, wenn er halt auch dann halbwegs überzeugen wird. Aber auch da würde ich noch nicht so weit gehen wie Sport.de, ähnlich wie Windtime. Muss man sich ihn auch erstmal wirklich vernünftig anschauen. Angeschaut hat man sich schon Rodrigo Salazar und der wird auch bleiben. Salazar ist ein Spieler, der ausgelegen ist mit einer gestaffelten Kaufoption, die im Aufstiegsfall etwas teurer werden würde. Der 22. gehört zum Stammpersonal, ähnlich wie man beim Empiringer ist. Ein Transfer sozusagen eigentlich nur weiter verschoben wurde auf dieses Jahr. Also der wird uns zum Glück auf jeden Fall auch erhalten bleiben. Laut Sport.de wackelt Jaroslav Mikhailov. Er ist ja von Sintan Petersburg ausgeliehen, kommt aber nur zu seltenen Einsätzen. Und deswegen hat aber Sport.de die Meinung, dass er natürlich das Potenzial mitbringt, auch noch weiterhin zu überzeugen. Sie sprechen sogar von einer Kaufoption. Die gibt es nach meinen Informationen nicht. Also Jaroslav Mikhailov ohne Kaufoption auszugehen, einfach nur für ein Jahr. Also ich gehe davon aus, dass er wieder gehen wird. Und das ist auch eine ähnliche Vertragslage wie bei Darko Chulinov. Auch da ist die Prognose durchaus richtig von Sport.de, dass er womöglich auch wieder gehen wird. Der Leihspieler vom VfB Stuttgart pendelt ja auf Schalke zwischen Startelf und Ersatzbank. In den letzten Wochen hat er sich durchaus festgespielt. Entweder im Sturm oder eben als Edeljogger oder jetzt auf der rechten Seite. Allerdings planvoll der VfB. Er ist ja mit Schulinov besser gesagt, es gibt keine Kaufoptionen. Und das auch wohl durchaus bewusst. Höchst wahrscheinlich wird Schulinov uns auch dann wieder verlassen. Bleibt nochmal Marvin Piringer. Und auch da habe ich ja schon angerissen. Ähnliche Prognose wie bei Rodrigo Salazar. Transer wird eigentlich nur verschoben. Es gibt ja wohl auch eine klare Klausel mit Einsatzzeiten, die wohl auch schon erfüllt ist. Sprich, laut verschiedenen Medienberichten haben wir Marvin Piringer bereits fest verpflichtet. Klarer Prognose auch bei Simon Tirodde. Er wird auf Schalke bleiben. Er wird somit auch nächstes Jahr für Schalke auf Tore ja gehen. Bei Sport 1 verrät er jetzt letzt, dass er vertraglich abgesichert sei. Laut Sportbild gibt es eine Klausel, die bei 25 Einsätzen greift. Dann wird sein Vertrag automatisch um ein Jahr verlängert. Doch selbst wenn es diese Klausel nicht geben würde, würde es, denke ich, auf jeden Fall eine Vertragsverlängerung geben. So, das also unsere Spieler, wo die Verträge auslaufen. Bleibt vielleicht noch die Personalien Nassim Boujelab. Sein Vertrag läuft zwar nicht aus, aber er wird sicherlich keine Zukunft auf Schalke mehr haben. Ist ja aktuell offiziell Schalker bedingt, weil er bei Ingolstadt nicht mehr angestellt ist. Aber doch offiziell kein Spielvertrag für Schalke. Also eigentlich ist er aktuell vereinslos, könnte man sagen. Und ist am Sommer wieder Schalker. Also der wird sicherlich gehen im Sommer, wenn man da einen Abnehmer findet. Oder den Vertrag möglicherweise auch auflöst. Das also unsere Schalke-Wackelkandidaten im Zukunftscheck. Eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.